Ist Hoyoverse damit mal wieder zu weit gegangen mit dem Kollektionsgebeten? Heute haben wir die Erläuterung zu den Regeln des Kollektionsgebetes sowie häufig gestellte Fragen. Was ist das Kollektionsgebet? Wird es bei dir noch erklärt, aber kurz in meinen eigenen Worten. Im Endeffekt einfach eine neue Art von Gebet, das wären wir aktuell Aktionsbanner 1, Aktionsbanner 2 für Figuren, Waffenaktionsbanner für Waffen und das Standardbanner. Das sind dann die 4 Banner, die normalerweise immer aktiv sind, bei jedem Patch, in jeder Rotation. Und neu hinzu soll ein gelegentliches Kollektionsgebet kommen. Und das ist im Endeffekt wie ein Aktionsbanner, also es ist quasi anscheinend nicht immer verfügbar und es benötigt auch verwobene Schicksale, nicht vorbestimmte Schicksale. Das heißt quasi Schicksale, dass man, naja, sich kaufen muss, mehr oder weniger. Und ja, das heißt im Endeffekt haben wir hier eine neue Möglichkeit, Figuren und Waffen zu ziehen. Und wie funktioniert das Ganze jetzt im Endeffekt? Ja, man kriegt 5, 4, 3 Sterne Objekte, das ist jetzt eigentlich, sag ich mal, relativ uninteressant. Interessant ist hier dieser letzte Teil. Man kann auch einige limitierte Figuren und limitierte Waffen bekommen. Was sind die Regeln von dem Banner? Im Endeffekt ist es eigentlich relativ simpel. Es ist wie immer, also nach 90 Gebeten bekommst du garantiert eine 5-Sterne-Figur. Alle 10 Ziehungen oder pro 10 Ziehungen kriegst du auf jeden Fall mindestens eine 4-Sterne-Figur. Und die Wahrscheinlichkeit bei der 5-Sterne-Figur, dass es die ist, die du ausgewählt hast, Hashtag Waffenbanner, ist 50%. Und dann kommen wir noch zu dem Kollektionskurs. Im Endeffekt auch hier müssen wir uns das gar nicht großartig durchlesen, weil es eigentlich wirklich relativ einfach ist. Man kann es zusammenfassen mit Waffenbanner, nur mit einem Schicksalspunkt. Und ja, das war es eigentlich. Das heißt also, ihr wünscht 90 Mal, dann habt ihr, wie wir gerade schon gesagt haben, ganz normal 50-50 im Endeffekt. Ob ihr das bekommt, was ihr ausgewählt habt, das ist quasi neu. Bei Figurenbannern muss man ja nichts auswählen, das ist einfach 50-50. Ob man den Charakter aus dem Banner bekommt, ist ja nur einer logischerweise. Oder eben nicht. Wenn man ihn nicht bekommt, hat man beim nächsten Mal 100% das man es bekommt. Und hier ist es jetzt so, du kannst halt auswählen von mehreren Charaktern. Das ist im Endeffekt der große Unterschied. Mehrere Charakter kannst du auswählen, welchen du willst. Und du hast halt eine 50% Chance, ihn zu bekommen. Oder eine 50% Chance, irgendeinen anderen Charakter zu bekommen, aus diesem Banner sozusagen. Und wenn du ihn nicht bekommst, sammelst du eben einen Schicksalspunkt. Ein Schicksalspunkt ist das Maximum, also nicht wie beim Waffenbanner 2, sondern hier ist es nur einer. Und wenn du einen Schicksalspunkt gesammelt hast, dann erhältst du beim nächsten 5-Sterne-Objekt 100%ig den, den du ausgewählt hast. Also im Endeffekt, genauso wie das normale Banner, einziger Unterschied ist, mehrere Figuren, aus denen man wählen kann. Und eben, dass man überhaupt wählen kann. Ja, und dann haben wir hier das Beispiel, wie das aussehen kann oder wird. I don't know. 5-Sterne-Figuren, die du für den Kollektionskurs wählen kannst. Und wir haben jetzt halt zum ersten Mal so eine Auswahl von wirklich 6 verschiedenen Figuren. Wobei es jetzt hier vielleicht nicht das allerbeste Beispiel ist, oder vielleicht auch schon, man weiß es nicht. Weil wir haben halt drei Standard-Banner-Figuren. Fände ich persönlich jetzt eher madig, weil, klar, man hat immer eine, also immer wenn du jetzt einen 50-50 verlierst bei den aktuellen Bannern, ist es in der Regel Monat, Diluc-Jean, irgendein Standard-Banner-Character. Keine Frage, klar. Aber damit das Ganze was Besseres, also wenn du eine wirkliche Verbesserung darstellt, wäre es ja eigentlich schon cool, wenn man hier nur Figuren hätte, die wirklich ein bisschen seltener sind. Oder vielleicht nur, also ist es nur ein Beispiel, muss man sich dazu sagen, ja. Aber wenn das so letztendlich aussehen würde, das 50-50 ist zwischen Aktions- und Nicht-Aktionsfiguren. Ich meine, das ist eine kleine Besserung, I guess, weil du kannst ein 50-50 verlieren. Sagen wir mal, du wirst jetzt Yula haben und kriegst Klee. Klee ist eine Aktionsfigur, kann man nur ganz begrenzt bekommen. Da ärgert man sich dann vielleicht nicht so sehr drüber, wie bei seiner fünfte Mona, seinen zehnten Diluc oder sonst was. Keine Frage. Aber trotzdem, wie gesagt, finde ich es ganz cool, wenn es nur Aktions-Banner-Figuren wären. Aber gut, er hat wieder hier eine andere Meinung. Trotzdem auf jeden Fall ein interessantes Prinzip, wie gesagt. Man kann hier zwischen sechs verschiedenen Figuren, in dem Beispiel zumindest, auswählen. Und bei den Waffen ist es auch ziemlich krass. Man hat hier auch wirklich eine große Anzahl an Waffen, die man hier quasi auswählen kann. Aber auch hier, wie gesagt, sind es halt, wie gesagt, ja, auch einige oder ein paar Waffen, die man eben auch aus dem Standard-Banner bekommen kann. Und dann ist natürlich noch wichtig, ja, wie funktioniert es denn dann jetzt mit diesen Ziehungen, also dieses Kollektionsgebet und mit diesem Kollektionskurs. Also das heißt dann nicht mehr Schicksalskurs oder so, heißt es ja irgendwie, jetzt ist es dann in dem Fall Kollektionsgebet, Kollektionskurs. Wie genau das heißt, ist eigentlich vollkommen egal. Schicksalspunkte sind es dann im Endeffekt trotzdem. Ist eigentlich nicht so wichtig. Jedenfalls, wie funktioniert es dann im nächsten Kollektionsgebet? Und hier haben wir dieses Beispiel. Also, wir haben Gene ausgewählt für den Kollektionskurs. Dann haben wir aber nicht Gene bekommen, sondern Klee. Also haben wir einen Schicksalspunkt. Gut, wenn du danach noch zehn Ziehungen machst und kein Fünf-Sterne-Objekt dabei ziehst, hast du ja noch 80 Gebete bis zum garantierten nächsten Fünf-Sterne-Objekt. Jetzt ziehst du aber bei dem Gebet nicht mehr. Also das heißt, du hast einen Schicksalspunkt und zehn Pulls. Und entscheidest dich dann aber nicht mehr zu Pullen. Was Wahnsinn wäre, weil das kommt jetzt gleich. Und dann startet irgendwann das nächste Kollektionsgebet, sagen wir ein paar Wochen später. Dann resetten sie deinen Schicksalspunkt, den du vorher gesammelt hattest. Also du hast ja auf Gene gepullt, hast aber Klee bekommen. Dann sagst du, nö, ich pulle nicht mehr. Und dann löschen sie dir deinen Schicksalspunkt. Aber deine zehn Pulls, die werden gespeichert. Also du hast ja einen Schicksalspunkt und zehn Pulls gemacht. Diese zehn Pulls werden gespeichert. Also du brauchst nur 80 dann bis zum nächsten Fünf-Sterne, bis zur nächsten garantierten Fünf-Sterne-Figur. Aber es ist dann wieder ein 50-50, weil dein Schicksalspunkt ist halt weg. Und das ist das, was viele Leute extrem aufregt. Ich denke, wenn das nicht so wäre, dann wäre das wahrscheinlich ein großer Schritt in die richtige Richtung, wie man dafür sorgen kann, viel mehr Charakter, viel schneller wieder Accessible zu machen, als Monate oder im schlimmsten Fall sogar Jahre auf Rerun zu warten. Aber genau dieser Punkt ist halt das, was bei vielen Leuten sehr, sehr, sehr schlecht ankommt, weil man eben diesen Punkt verliert. Und ich meine, es ist im Endeffekt das Gleiche wie beim Waffenbanner. Man stellt sich halt einfach nur die Frage, wieso. Aber darüber können wir am Ende nochmal ein bisschen reden. Wechselt die Liste mit den Objekten für jedes Kollektionsgebiet? Gibt es Regeln für diesen Wechsel? Das ist jetzt auch ganz interessant, aber ist auch so ein bisschen wischiwaschi, kann man sagen. Die bei jedem Kollektionsgebiet zu haltenen Objekte können unterschiedlich ausfallen. Details dazu findest du in Ankündigung der jeweiligen Aktion für Kollektionsgebiete. Die limitierten 5-Sterne-Figuren müssen mindestens dreimal in einem Figurenaktionsgebiet oder Aktionsgebiet 2 erschienen sein, dürfen in der letzten Zeit aber nicht in einem Aktionsgebiet aufgetaucht sein, damit die Chance besteht, dass sie in einem Kollektionsgebiet aufgenommen werden. Darüber hinaus besteht weiterhin die Möglichkeit, dass limitierte 5-Sterne-Figuren, die bereits in einem Kollektionsgebiet erschienen sind, später nochmal in ein Kollektionsgebiet oder in eine andere Kategorie des Aktionsgebiet aufgenommen werden. So, was heißt das jetzt im Endeffekt? Es heißt im Endeffekt einfach nur, nur Charakter, die mindestens bereits dreimal, also quasi zwei Reruns, Release und zwei Reruns hatten. Bestes Beispiel Hu Tao, Yoimiya, Ayaka. Die alle wären jetzt hier Kandidaten dafür. Figuren, die jetzt erst neulich released wurden oder kürzlich, sagen wir mal, zum Beispiel Forina, Novelette, Reisley, all diese Figuren können da nicht auftauchen, weil die sind noch zu neu, was man auch ein bisschen verstehen kann. Klar, die sind jetzt noch nicht so alt, die hatten noch nicht mehr ihren Rerun, der aber sowieso bei den meisten dann wahrscheinlich auch nicht lange auf sich warten lassen würde. Das ist im Endeffekt die Regel. Also Figuren müssen schon ein paar Reruns gehabt haben, müssen schon ein bisschen älter sein, heißt es auf gut Deutsch im Endeffekt, einfach nur. Und dann ist aber der Vorteil, wenn man es jetzt verpasst, sage ich mal, man will jetzt hier unbedingt sein Albedo haben, hat genau 90 Wünsche, verbraucht genau 90 Wünsche und kriegt ihn aber nicht, hat nicht genug, um weiter zu pullen oder so, dann ist es nicht so, weil es wenigstens ergibt, seinen Schicksalspunkt zu wasten, aber das könnt ihr euch ja sicherlich selber vorstellen, darüber reden, wie gesagt, gleich noch. Dann hätte man trotzdem noch die Chance, im nächsten Kollektionsgebet wieder für Albedo pullen zu können, weil halt nur weil er einmal drin war, heißt es nicht, dass er beim nächsten Mal dann garantiert nicht drin ist, sondern er kann auch zweimal hintereinander theoretisch in dem Kollektionsgebet drin sein. Ja, also solange er nicht in dem Aktionsgebet aufgetaucht ist, ist quasi alles noch möglich. Wann startet das Kollektionsgebet? Die Kollektionsgebiete werden in unregelmäßigen Abständen verfügbar sein, Details dazu findest du in den offiziellen Mitteilungen. Also das war das, wie vorhin schon gesagt, also wie genau das funktioniert, ist noch nicht ganz klar, aber es wird halt einfach immer zeitlich begrenzt sein und ja, man weiß nicht ganz genau wann. Und ja, dann sagen sie im Endeffekt noch so viel zu den häufig gestellten Fragen und wir sollen halt hier in den Kommentarbereich schreiben, wenn noch etwas unklar sein sollte. Ja, und das war es im Endeffekt auch schon. Also ich denke, das Prinzip ist eigentlich ziemlich simpel. Also im Endeffekt kann man es wirklich damit erklären, Waffenbanner für Figuren und Waffen selektiv, also du kannst aussuchen, welche. Sammelst Schicksalspunkte, aber brauchst weniger Schicksalspunkte als beim Waffenbanner. Quasi nur einen Schicksalspunkt und that's basically it. Ansonsten funktioniert es eigentlich genau wie beim Waffenbanner, Schicksalspunkte werden resettet. Puls werden allerdings gespeichert, ist beim Waffenbanner glaube ich nicht so, oder? Bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Korrigiert mich gerne in den Kommentaren, aber ich glaube Puls werden beim Waffenbanner auch gelöscht, aber ist egal. Jedenfalls ist es sehr ähnlich zum Waffenbanner, nur halt Haupts... Also überwiegend ist hier natürlich das für die Figuren, aber auch für die Waffen finden einige Leute ziemlich cool, vom Prinzip her. Aber ja, jetzt reden wir mal über dieses Resetten des Schicksalspunktes. Also das ist halt wirklich das, das ist eigentlich das Einzige, was man hier wirklich kritisieren kann. Ansonsten ist es eigentlich echt eine gute, eine coole Idee, muss man sagen. Klar, es ist immer noch, also immer noch, es wäre wahrscheinlich insgesamt für viele Leute immer noch besser. Man hätte einfach Figurenbanner. Du kannst für jede Figur jederzeit pullen, wie du willst. Du wählst einfach die Figur aus, auf die pullst du jetzt und bis du sie gezogen hast, kannst du alle deine Wünsche für immer da reinballern. Und bis du deine Figur auf C6 hast, kannst sparen, 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 pullen, pullen, pullen. Und immer pullen, was du willst im Endeffekt. Ich sage mal, das wäre das Traum-Szenario. Gut, dass wir das nicht bekommen, ich denke mal, das kann man mitleben. Also ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich, würde auch ein bisschen die Spannung rausnehmen. Das Ganze mit dem Charakter releasen und so, wäre nicht mehr so hyped und so. Also ja, es würde so ein bisschen den Flow rausnehmen. Das hier ist so das Zweitbeste, was man sich vorstellen kann. Du hast eine große Auswahl an Charakter. Natürlich, wie gesagt, es sind hier beispielshaft drei Standard-Charakter. Ich denke, so wird es auch wirklich aussehen, ehrlich gesagt. Drei Standard-Banner-Charakter mit drin. Klar, ist natürlich jetzt nicht so geil. Aber muss ja bedenken, du hast Figuren Aktions-Banner 1, Aktions-Banner 2 und hier dann wahrscheinlich nochmal drei begrenzte Figuren. Das heißt, du hast eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit, die Figur, die du tatsächlich haben willst, öfter zu pullen oder nicht so lange auf den Rerun warten zu müssen. Also das ist so mal grob das Gute, das Positive. Bei den Waffen natürlich genau das Gleiche. Ich sage das Beispiel auch für die Figuren. Bei den Waffen ist es natürlich genau das Gleiche. Beispiel nicht alles doppelt sagen müssen. Und das ist, wie gesagt, einfach nur positiv. Kann man nicht anders sagen. Das Einzige, was dann aber wiederum negativ ist, ist halt leider auch wieder extrem negativ. Nämlich dieses Resetten des Schicksalspunktes. Und da muss man halt einfach sagen, dass einem da halt einfach das Verständnis fehlt. Also es hat mir damals ehrlich gesagt auch gefehlt bei dem Waffen-Banner, als sie das eingeführt haben mit den Schicksalspunkten. Und ich dachte mir auch, okay, grundsätzlich cool, natürlich teuer, keine Frage, bist du 240 Wünsche, bis du die Waffe bekommst, die du willst. Aber du kriegst sie zumindest garantiert. Fand ich im ersten Moment auch positiv. Aber dann halt, oh, ja, aber wenn du jetzt nach 190 Wünschen aufhörst mit zwei Schicksalspunkten und du hast die Waffe immer noch nicht gepullt, löschen wir deine Schicksalspunkte und beim nächsten Mal musst du wieder komplett von Null anfangen. Und das ist halt das, wo man sich dann denkt, ja, wieso? Also ihr habt doch mein Geld schon. Wieso bestraft ihr mich jetzt auch noch dafür? Ich meine, ich habe doch mein Geld oder meine Wünsche, meine Puls verbraucht. Warum werde ich jetzt bestraft? Warum löscht ihr mir das jetzt? Also das ist doch eigentlich blöd. Und das machen sie jetzt hier halt wieder. Hier muss man in vorteilhafter Weise sagen, okay, du hast nur einen Schicksalspunkt. Und wenn du mit Null Schicksalspunkten aufhörst, werden deine Gebete übertragen. Das heißt, im Endeffekt muss man eigentlich in Anführungszeichen halt immer nur mit genügend Wünschen an das Kollektionsgebet rangehen. Also jetzt ist halt von den Spielern quasi mehr Strategie, nennen wir Strategie gefragt, dass man halt wirklich genügend Wünsche hat, um wirklich das zu bekommen, was man will. Und dann kann nicht allzu viel schief gehen, weil du kannst dann nicht irgendwie halt sagen, na gut, ich habe jetzt hier einen Schicksalspunkt und 70 Wünsche. Na gut, dann hattest du halt von vornherein nicht genügend Wünsche, um garantiert zu bekommen, was du willst. Und garantiert zu bekommen, was du willst, heißt 180 Wünsche, ganz normal, wie beim normalen Figurenaktionsbanner auch. Musst immer vom Worst Case ausgehen, theoretisch. Andernfalls kann man sich eigentlich nicht wirklich beschweren. Und hier ist es halt das Gleiche. Solange man mit Null Schicksalspunkten aufhört, werden die Ziehungen übertragen und man verliert nichts. Nur dann, wenn du mit zu wenigen Wünschen rangehst, du hoffst, dass du Glück hast, du hast kein Glück, endest mit einem Schicksalspunkt und im schlimmsten Fall sagen wir noch 70, 80 Wünsche, schaffst das nicht genug Wünsche ranzukriegen, hast kein Geld auf dem Konto, um aufzuladen und dein Schicksalspunkt geht weg und du hast einfach nur noch dein Leben. Das wäre halt der Worst Case, aber gut, so sollte man grundsätzlich natürlich jetzt auch in einem Gacha-Game mit solchen Mechaniken auch nicht unbedingt rangehen, weil hoffen, dass man Glück hat, ist da immer sehr gefährlich. Aber im Endeffekt ist das wirklich das Einzige, was man stark kritisieren kann und es ist auch das, was in den Kommentaren hier extrem stark kritisiert wird. Hier zum Beispiel Also im Endeffekt einfach auf gut Deutsch, sie löschen dir den Schicksalspunkt. Geil. Und ja, das sind eigentlich die meisten Kommentare. Ja, also Genau das, was ich gerade zusammengefasst habe, eben diese Frage, warum das so sein muss, warum kann man den Schicksalspunkt nicht einfach auch übertragen, sodass man halt eben erstens den garantierten 50-50 gewinnt und zweitens halt auch einfach sich nicht so veräppelt vorkommt. Und beim Waffenbanner ist es ja schon immer das Gleiche gewesen, kann man sagen. Und jetzt machen sie ein neues Banner mit einem coolen System, aber machen den gleichen Fehler oder das gleiche bescheuerte System rein wie beim Waffenbanner. Und die Leute verstehen es einfach nicht. Was sagt ihr dazu? Seid ihr Fan von dem neuen Prinzip? Also wie gesagt, wenn man mit Strategie rangeht, ich sage nichts, dass es positiv ist mit dem Schicksalspunkt. Ich will das gar nicht in Schutz nehmen, keine Frage. Aber offensichtlich haben sie sich dazu entschieden, es so zu machen. Und wir wissen ja, wie es bei Genshin Impact ist. Wenn die einmal irgendwas machen, es ändert sich so gut wie nie irgendwas zum Spielerfreundlichen, zum Positiven kann man nur sagen. Also es ist selten, dass sie so etwas komplett neu machen oder überarbeiten. Haben sie bei den normalen Bannern auch eigentlich gefühlt noch nie gemacht, außer die eine Änderung am Waffenbanner damals. Von dem her, ja, es ist halt schwierig. Schwierige Situation auf jeden Fall. Aber ich sehe es halt, ich probiere es positiv zu sehen und denke mir halt einfach, man hat jetzt die Chance, noch früher an einen Rerun zu kommen von seiner Lieblingsfigur. Und wenn man halt wirklich fest im Kopf hat, ich will diese Figur, ich spare, 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 dann hat man in der Regel auch so viele Wünsche, dass es klappen sollte. Und man muss halt immer im Kopf behalten, niemals so wünschen, dass du mit einem Schicksalspunkt aufhörst, beziehungsweise immer genügend Wünsche zu haben, dass man auf keinen Fall einen Schicksalspunkt übrig hat. Wenn man das beherzigt, wenn man das berücksichtigt, dann kann eigentlich nicht zu viel schief gehen. Dass man das berücksichtigen muss, dass man jetzt viel mehr Wünsche auf Lager haben muss, um dafür zu sorgen, dass du diesen Schicksalspunkt nicht übrig hast, am Ende. Das ist natürlich komplett bescheuert. Gebe ich euch allen recht. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt damit leben. Es wird genauso kommen, wie es hier steht. Sie werden Feedback vielleicht in ein paar Jahren vielleicht mal wieder annehmen, was das angeht. Und ja, es ist blöd, aber man muss halt das Beste draus machen. Und wie gesagt, ich denke, viele Leute werden es dann langfristig trotzdem eher wieder als positiv betrachten, weil sie dann nicht mehr ganz so lange auf die Reruns von vielleicht Figuren warten müssen, die von Heroverse sonst vergessen worden wären oder vergessen werden würden. Bis zum nächsten Mal mit Genshin Impact. Ich würde mich selber ein Like, ein Abo von euch freuen. Macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.